Klebt man eine Spritze in den Deckel eines Marmeladeglases, platziert darin einen Schokokuss und verschließt das Glas luftdicht, so kann man beobachten, wie der Schokokuss wächst, wenn man an der Spritze zieht. Durch das Ziehen an der Spritze wird das Volumen vergrößert, das von Luft ausgefüllt wird. Dadurch sinkt der Luftdruck im Glas, weil keine Luft von außen nachfließen kann. Das Innere des Schokokusses besteht aus Eiweißschaum. Der Luftdruck der Luft, die in den Bläschen des Schaums eingeschlossen ist, ist größer als der nun verminderte Umgebungsluftdruck im Glas. Um diesen Druckunterschied auszugleichen, dehnt sich die Luft in den Eiweißbläschen aus und der Schokokuss wächst. Daher gilt, umso größer der erzeugte Druckunterschied ist, umso größer wird der Schokokuss. Stellt man wieder den ursprünglichen Luftdruck her, schrumpft der Schokokuss wieder auf seine ursprüngliche Größe zusammen. Schokokuss Schokokuss Schokokuss